Ich habe Freunde, die sind jetzt so mehr in dem Jugendbereich drin, so übel Gangster und ich habe auch Freunde, die sind halt anders. Deswegen ist es eigentlich variabel und unterschiedlich, wie ich manchmal spreche. Wenn ich da manchmal spreche, dann sage ich so, oh ja, läuft bei dir oder so. So was halt typisch ist. Ja, wenn ich mit Gangstern unterwegs bin, ist es halt schon, ja, Spast, Fisch oder Waller, halt so schwer auf Türkisch. Ölauge gibt es, dann Maggie mit Augenbraue oder so. Wenn jetzt jemand einfach nur dummes Zeug sagt, ja, du Spast, rede nicht, das heißt dann so, ja, okay, wir haben es verstanden, rede nicht weiter so. Ich als Italiener jetzt kann jetzt nicht sagen, ja, lan oder so, weißt du, was ich meine? Das ist halt so türkisch und das würde halt allgemein zu der Person nicht passen, aber die das halt machen, das kann ich halt machen. Die Wörter, die ich im Alltag benutze, sind meistens eher so wie Bruder. Also wenn ich jetzt mit einem Kumpel rede, dann benutze ich das Wort eher. Das sind meistens Freunde, mit denen ich schon aufgewachsen bin und die halt für mich auch wie Brüder sind. Wenn er solche Fremdwörter hört, bin ich eher der Typ, der danach nachfragt, was es bedeutet, weil ich jetzt auch nicht so auf der Fremdwortsprache so fit bin. Da frage ich eher nach. Manchmal benutze ich es auch, um zu probieren, ob ich es kann. In der Arbeit natürlich, weil ich mit Kindern arbeite, rede ich Deutsch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Abkürzungen suche oder so, einfach wegen den Kindern zum Vorbild zu sein auch. Aber mit Kumpels ab und zu mal so, vergiss ich auch ab und zu mal so einige Wörter und verkürze die Sätze und so. Gerade wenn man dann mit vielen Jungs in einer Clique rumhängt oder so, da geht es dann schon öfters mal um irgendwelche Worte, wo man dann sagt, hey, was habt ihr gerade gesagt, redet mal Deutsch oder so. Ich lasse jetzt nicht extrem Artikel weg irgendwie, das finde ich auch voll nervig, aber es ist schon so, dass man sagt, geh mal starten oder so. Also das ist einfach Standard. Oft auch finde ich einfach, wenn man schreibt und das dann halt auch, wenn man spricht, kürzt, zackt man das halt, jeder versteht es, aber oft auch einfach wirklich unterbewusst. Ich finde normal. Nicht so jetzt diese übelsten, also diese Sprache, wo wir auf der Straße jetzt reden, diese Kanackensprache, in Anführungszeichen, aber normalen Wortschatz habe ich eigentlich. In meinem Freundeskreis war es ja auch so, dass die Tschüss, Lahn, Alter oder irgendwelche Wörter kamen halt immer dazu, dass es früher so gesagt wurde und dann hat man sich es auch angewohnt. Aber irgendwann habe ich es mir auch wieder abgewohnt. Wenn mich irgendwas so, keine Ahnung, ich denke mich so, boah, dann sage ich nicht boah, sondern Tschüss. Das hat man sich echt so angeeignet. Ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, von der Musik, aber das stimmt nicht. Von der Älteren hat man sich abgeguckt. Nicht unsere Generation, sondern eins drüber. Die hat man halt teilweise als Vorbilder gesehen. Also wenn ich mit meinen Eltern bin und Familie und so, dann redet man schon anders als mit den Freunden, das stimmt schon. Aber manchmal rutscht es auch dort aus und dann schämt man sich ganz schnell. Wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel rede und dann kommt am Ende des Satzes so ein Alter raus oder so. Und dann denke ich mir auch so, boah, das habe ich doch jetzt nicht gesagt. Vielleicht hat er es überhört, vielleicht hat er es gehört und dann kriegt man schon Ärger, wenn man so redet.